Und wenn du das nicht mehr spürst, dann ist es höchste Zeit, dass du mal alleine eine Woche lang ohne Essen und Trinken und ohne Landkarte und ohne digitale Medien im Wald gehst. Damit du mal langsam merkst, was du eigentlich auf dieser Erde bist, dann bist du gar nicht mehr richtig bei dir. Dich gibt es gar nicht mehr. Du bist nur noch ein hin und her gezotteltes Wesen, was gar nicht mehr sagen kann, was es selbst ist und was es will. Das muss ja furchtbar sein. Ich glaube, 95 Prozent unserer Zuschauer haben genau dieses Gefühl. Ja, so möchte ich nicht unterwegs sein. Wenn man hier in dieser westlichen Welt groß wird und dann hier erwachsen wird, muss man doch merken, dass hier überall draußen Vampire sitzen, die nichts anderes machen, als an dir rumzusaugen. Die dir was versprechen, die dir was verkaufen wollen, die dich über den Tisch ziehen wollen, die deine Aufmerksamkeit haben wollen. Die dich immer wieder auf die unterschiedlichste Weise zum Objekt ihrer Interessen und Absichten machen. Das muss man doch wissen. Und dann musst du dich doch fragen, ob du die bedienen möchtest, ob du dich dem zur Verfügung stellen möchtest, ob du jemand sein möchtest, der sich von denen auslutschen lässt. Und spätestens an der Stelle könntest du dich ja fragen, was du eigentlich jetzt für eine Frau werden möchtest, was du für eine Frau sein möchtest, was für ein Mensch du sein möchtest, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Und dann hören die ganzen Vampire auf, weil dann wissen die nicht mehr richtig, wo sie ansetzen sollen, weil jetzt bist du derjenige, der bestimmt, was du willst und du lässt dir nicht mehr von irgendwelchen Leuten einreden, was im Leben wichtig sei. Okay, Gerald, ich habe jetzt meinen Sinn, aber ich verdiene überhaupt kein Geld damit und ich habe gerade echt einen finanziellen Engpass. Was macht man denn da? Gerald, ich habe diese Woche folgendes Buch in der Hand gehabt. Be your own fucking hero von Tijen Onaran. Kennst du sie? Ja. Okay. Kurze Intro. Sie selber ist momentan eine der wahrscheinlich am meisten diskutierten, vielleicht auch kontroversen Stimmen im Internet, vor allem aber auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, wie zum Beispiel LinkedIn. Und sie ist mehrfache Unternehmerin, sie ist inzwischen Investorin, sie ist in der Höhle der Löwen in der Jury, sie ist auf dem Spiegelcover gewesen von dem Magazin im Spiegel. Und das Buch, das sie geschrieben hat, ist aber primär eigentlich eine Hommage an sich selbst. Also in dem Buch, ich weiß nicht wie viele Seiten das hat, ungefähr, ja fast 200, erklärt sie eigentlich, wie gut sie ist und wie sie sich in vielen tricky Situationen im Leben nach oben geboxt hat. Vor allem geschuldet der Tatsache, dass sie aus einer Migrantenfamilie kommt, sie hat deutsch-türkische, beziehungsweise sie hat türkische Eltern, sie ist deutsch-Türkin und ist in auf jeden Fall mal nicht so privilegierten Verhältnissen aufgewachsen, wie viele andere auch. Und sie sagt zum Beispiel am Anfang, hi, ich bin Tijen, ich bin zu fordernd, zu direkt, zu auffällig, zu kritisch, zu provokant und generell einfach immer zu viel. Jedenfalls wurde ich schon so oft als das bezeichnet, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich bin genau richtig. Ich finde das ziemlich mutig, so etwas zu schreiben in der Öffentlichkeit. Ja, es ist nochmal mutig, es auszudrücken, so in Worten, aber diesem Leitspruch oder diesem Ideal oder dieser Vorstellung folgen ja offenbar sehr viele. Was meint Sie damit? Ja, es versuchen ja sehr viele Menschen, die Anerkennung und die Wertschätzung und die Bewunderung anderer zu finden. Und manche sind da ein bisschen weniger erfolgreich wie wir beide und manche sind eben da extrem erfolgreich damit. Und dann ist immer die Frage, wenn ich jetzt die Bewunderung anderer Menschen so wichtig finde, und damit ist ja dann auch meistens verbunden, dass ich dann auch sehr viele Menschen anziehe, dass die mir folgen auf diesen Medien, dass ich dann wahrscheinlich auch noch eine Unmenge von Geld verdiene. Das kommt dann alles hinterher, aber das Primäre ist ja, das wird sie als kleines Mädchen, wenn wir sie jetzt fragen könnten, würden wir sagen, die hat irgendwann mal gemerkt, dass sie das, was sie eigentlich gesucht hat, also einfach so eine Welt, in der sie dazugehört und so sein darf, wie sie ist, die gibt es nicht. Die gibt es auch in so einer Migrantenfamilie nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn das ja nicht so geht, wie ich mir das wünsche, dann, und da gibt es manchmal so kleine Mädchen, die so richtig Power haben, dann nehme ich das Heft eben jetzt in die Hand und ich zeige denen mal, wo es lang geht. Und dann hat man plötzlich ein Ziel und eine Absicht und ein Motiv und eine Intentionalität. Und die trägt dann, das nennen wir dann intrinsische Motivation, die trägt dann oftmals derartig, dass man es kaum glauben kann. Also wir hatten mal in Göttingen eine ägyptische Studentin, die war 22, die war mit dem Goethe-Institut in Göttingen dabei, diesen Deutschkurs zu machen, weil sie dort studiert hat. Die hatte aber ein anderes Studium schon in Frankreich absolviert. Das heißt, die, und da habe ich die auch gefragt, wie schaffst du denn das hier? Dann sagt die, ich habe einfach angefangen, ich wollte nicht da unten in Kairo mit diesen ganzen Leuten, die sind alle so, dass man sich da einfügen muss, da muss man das machen, was die sich vorstellen, damit man dazugehören darf. Und das, habe ich gemerkt, hat mich so verletzt, weil ich doch dann gar nicht ich sein konnte. Und dann habe ich mir das angeeignet, was ich brauchte, damit ich aus dieser klebrigen Verbundenheit dieser Familien rauskomme. Und dann bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Frank Sinatra hat das übrigens auch mal gesungen. Aber ich finde es ja per se erstmal auch, ja, ich finde es per se erstmal nicht schlecht ist, wenn man seinen eigenen Weg geht. Und wenn ich dir so zuhöre, hört es sich gerade so an, als ob das eine Trotzreaktion ist und sie jetzt besonders viel Aufmerksamkeit dafür bekommen will, die sie vielleicht in der Kindheit nicht bekommen hat oder die sie sich vielleicht gewünscht hätte. Ich bin ja Hirnforscher. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Und ich habe sehr lange versucht herauszufinden, wann sich im Hirn so Vernetzungen ausbilden. Und da wird dann deutlich, dass das ja nicht durch genetische Programme da hoch reingebaut wird, sondern durch Erfahrungen. Und zwar durch eine besondere Gruppe von Erfahrungen, nämlich durch die Erfahrungen, die du machst, wenn du ein Problem, was du hast, löst. Also man könnte sagen, das Hirn merkt sich nicht die Probleme, die du hast im Leben, sondern die Lösung, die du findest. Und immer wenn du ein Problem hast, dann wird es da oben inkohärent. Also es geht drunter und drüber. Das kennt ja auch jeder, da kann es nicht mehr richtig nachdenken. Und wenn man das dann auch noch richtig mit Angst besetzt ist und das wirklich ernst ist, dann rutscht das so weit runter und hast es im ganzen Körper. Und dann brauchst du eine Lösung, das frisst ein Haufen Energie, dieses Durcheinandergefeuere da oben. Und dann brauchst du, dann kannst du gar nicht mehr anders, du musst eine Lösung finden dafür. Sei die im Moment erstmal noch so blöd, Hauptsache erstmal Ruhe in die Birne, damit dieser ganze hohe Energieverbrauch aufhört. Und immer dann, wenn es dir gelingt, eine, nennen wir es mal, eine inkohärente, eine aufgeregte, energieverbrauchende Situation im Hirn umzuwandeln, in eine, wo das wieder alles besser passt, wo das kohärenter ist, wo es weniger Energie verbraucht, dann werden im Hirn, im Mittelhirn, Botenstoffe ausgeschüttet, die so ähnlich wirken wie Dünger. So, jetzt will ich das nicht noch weiter vertiefen, aber du kannst dir jetzt vorstellen, wenn du jetzt eine Lösung findest und machst das, dann werden die Netzwerke da oben, die du benutzt hast, um das so zu machen, gedüngt. So, und jetzt kann ich wieder zurück zu unserer... Tijen? Ja, Tijen. Und kann jetzt mal, bevor wir gleich bei ihr ankommen, kann ich sagen, das ist auch so, wenn die jetzt zum Beispiel in einer anderen Familie groß geworden wäre und unter anderen Problemen gelitten hätte, dann hätte es sein können, dass sie das Problem mit diesem Mann oder so zu Hause nicht mehr aushält, davon gibt es ja auch sehr viele Frauen, und dann hätte sie möglicherweise die Lösung, die sie dann hätte finden können, hätte sein können, Schnaps, Alkohol. Hm, dann lieber noch Geld. Und dann ist das dem Hirn leider egal, ob das jetzt mit dem Schnaps oder wie auch immer, da oben zur Ruhe kommt, Hauptsache es kommt zur Ruhe, und dann wird aber so die Schnapsautobahn im Hirn gebahnt. Und dann, wenn du nicht aufpasst, das wird dann erst mal so eine schöne, kleine Verbindung von Nervenzellen, wo du dann immer, wenn du ein Problem hast, dann immer den Schnaps suchst oder den Alkohol. Und dann wird das, weil das erfolgreich immer wieder eingesetzt wird, immer dicker, und am Ende bist du Alkoholiker aus dem Haus. So, und jetzt kommen wir zu ihr. Und ihr Problem, gehen wir jetzt mal davon aus, hat sie ja auch so formuliert, war, dass sie in ihrer Herkunftsfamilie und dort, wo sie sozusagen zu Hause war, sich dann nicht mehr so richtig wohl gefühlt hat. Müsste man nun genauer im Buch nachlesen, was das genau alles war, aber es wird schon so etwas Ähnliches gewesen sein, wie das mit meiner Ägypterin. Und dann hat sie beschlossen, für sich eine Lösung zu suchen, weil es ist ihr auf den Nerv gegangen. Es hat immer wieder Inkohärenz gemacht, immer hat sie wieder gemerkt, der Papa sagt mir hier und schreibt mir vor, was zu machen, aber die Brüder spielen sich auf, als seien sie meine Herren. Als Frau habe ich ihr nichts zu sagen, und dann lebe ich hier in einer westlichen Welt, wo ich sehe, wie sich Frauen hier toll entfalten können, bin ich denn ein bisschen bescheuert, also zeige ich es denen jetzt mal, wie es geht, und gucke mir das an, wie die anderen das machen, also die, die da nicht, also die da erfolgreich sind in dieser Welt, und dann mache ich das, eigentlich mir das an, da wird man dann unglaublich schnell, wenn man da sowas will, dann wird man richtig gut, dann in kürzester Zeit kannst du das alles, und die muss da auch ein bisschen richtig sehr viel Lust gehabt haben darauf, und dann hat sie das durchgezogen, und dabei sind dann die Vernetzungen da oben immer besser ausgebaut worden, sodass die dann auf der Bühne stehen konnte, keine Angst mehr hatte, dass die Reden halten konnte, Bücher schreiben konnte, das große Maul haben konnte, ihre Kanäle da alle bedienen konnte, die war dann auf einmal ganz von sich überzeugt. Was ich bei ihr ja ganz interessant finde, und ich denke, das vereint viele Menschen, die erfolgreich sind, ob sie auf einer Bühne stehen, ob sie Bücher schreiben, was auch immer, dass meistens hier eine größere Mission dahinter steht, zumindest wenn man den Menschen Selbstglauben schenkt. Und in ihrem Fall sagt sie selber, sie setzt sich für Diversity ein, für Female Empowerment, etc. pp. Und wenn ich jetzt an andere schillernde Persönlichkeiten aus der Geschichte denke, sei es Martin Luther King, Nelson Mandela, wo ist hier der Unterschied zwischen echten Freiheitskämpfern und Menschen, die wirklich was in der Gesellschaft bewegen wollen, oder wiederum die Menschen, die nur die Aufmerksamkeit anderer möchten und ein Argument vorschieben. Ich will es ja gar nicht unterstellen, aber ich frage mich gerade, gibt es hier eine Differenzierung, die wir treffen müssen? Nein, wir übertreiben es jetzt mal, und wir nehmen nicht so eine wunderbare Frau, wir nehmen jetzt einen Jungen, der in seiner Umwelt und in seiner Lebenswelt, in seiner Familie auch nicht zurechtgekommen ist, hat sich auch überlegt, wie er da rauskommt, hat dann gemerkt, dass es also ganz gut ist, wenn er sich mit technischen Fragen beschäftigt, und er hat sich dann besonderes Wissen angeeignet, weil es ihn auch interessiert hat, wie man Waffen baut, also und hat dann diese, ist dann Experte geworden für Überschallwaffen. Und da ist er sehr erfolgreich, alle finden ihn toll, und wenn man ihn jetzt fragen würde, warum hast du das, warum machst du das, dann sagt er, weil ich nicht möchte, dass Kräfte auf dieser Welt überhand gewinnen, die undemokratisch sind, wenn er jetzt aus so einer Demokratie kommt, wenn er jetzt aus so einer autoritären Herrschaft kommt, würde er sagen, ich habe das alles gemacht, damit meine Welt, meine Religion oder mein Herrscherhaus an der Macht bleiben. Das heißt, das sind nachgeschobene Begründungen. Muss man jetzt nochmal genau zurückgehen und musste gucken, was war jetzt wirklich das ursprüngliche Motiv? Weil das ist ja bestimmt, dass man dann nachträglich immer Erklärungen findet, warum man das macht und was das so für hehre Zwecke sind, die man damit verfolgt, das ist dann nicht mehr so ein Riesenproblem. Aber zunächst einmal, warum mache ich das? Und ist das, was ich da tue, mit mir verbunden und kommt das authentisch aus mir raus oder ist das nur eine Reaktion auf etwas, was mir von außen als Problem vorgesetzt worden ist und es ist nur die Lösung, die ich finde, dann wäre das von außen getriggert. Ich will es noch ein bisschen deutlicher machen. Es gibt Kinder, die bei einer Mutter groß werden, die wäre gerne als Kunstläuferin geworden. Und das merkt so ein kleines Mädchen, dass die Mama sich irrsinnig freut, die Mama kauft ihm dann auch diese ersten Schlittschule, dann gehen sie auch in diese Eishalle und an dem Leuchten in den Augen der Mutter erkennt das kleine Mädchen, dass es für nichts mehr geliebt worden wäre, wenn es so... Und da braucht sie jetzt nicht mehr viel zu machen, das wird eine Eiskunstläuferin. Dann braucht die nur noch ein bisschen gute Trainer und dann verwirklicht die Tochter den Traum der Mutter, weil sie gerne sozusagen von der geliebt werden will. Ist das jetzt was anderes als jemand, der auf die Idee kommt, sich irgendetwas zu tun, dafür, dass er von möglichst vielen Leuten geliebt wird? Wie findet man das denn raus, ob man eher nach außen hin motiviert ist, also etwas für andere macht, oder wie finde ich jetzt an mir selber heraus, ob das wirklich aus mir selbst kommt? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Wir kommen das sehr tief, weil das wird nicht so oft gefragt. Also wir machen jetzt hier ein Gespräch, das ist nicht so. In den Magazinen findet man das nicht so. Also Brigitte nicht. Wahrscheinlich. Also es gibt etwas, das nennen die psychologische Forschung das authentische Selbst. Das hast du schon, das bringst du schon mit auf die Welt. Das ist sozusagen dein, das ist Hirn und Körper und alles. Und dieses authentische Selbst bildet sozusagen die Grundlage, was aus diesem authentischen Selbst entspringt dein Wollen. das sind dann diese Bedürfnisse. Das authentische Selbst hat das Bedürfnis, körperliche Bedürfnis, Essen, Trinken und noch was. Und das authentische Selbst hat, weil es ja aus dem Mutterleib kommt und dort schon bestimmte Erfahrungen gemacht worden sind, auch diese zwei Grundbedürfnisse schon mit auf die Welt gebracht. Verbundenheit einerseits und das zweite und das wollen alle Kinder, diese Nähe und Geborgenheit und Verbundenheit. Und das zweite ist, ich weiß es, schwer zu sagen, also eigenes Gestalten. Die Autonomie, später nennt man das Freiheit. So kommt jedes Kind mit diesen zwei Erfahrungen zur Welt. Das sind die authentischen Erfahrungen. Und dann macht es sich eine Zeit lang auch so auf den Weg, genau so, indem es spielerisch ausprobiert, was alles geht, ist immer noch ganz bei sich. Und dann kommt der Augenblick, wo das Kind anfängt, ich zu sagen. Und dann ist das meistens damit verbunden, dass das Kind auch merkt, dass von ihm etwas verlangt wird. Dass Leute da sind, die eine bestimmte Vorstellung davon haben, was richtig und was falsch ist und was es machen soll und was es nicht machen soll. Und dann wird das Kind zum Objekt, also erst war es die ganze Zeit Subjekt in seinem authentischen Selbst, hat irrsinnig viel gelernt. Also das ganze Bewegungsmuster, was da angeeignet werden muss, damit man auf zwei Beinen stehen kann und laufen kann. Das ist der helle Wahnsinn, in einem Jahr. Oder das Sprechen. Aus dem Nichts kannst du lernen, die in einem Jahr diese Worte zu formen, und die Sprache zu verstehen, sodass die innerhalb von einem Jahr lernen die aus dem Nichts die Muttersprache. Und dann ist das aber ein Klacks, wenn du schon eine Sprache kannst, noch eine zweite dazuzulernen. Also die müsstest du in drei Wochen müsstest du die eigentlich lernen, wenn es in dem Tempo weiter ginge. Aber das geht in dem Tempo nicht weiter. Aber was geht es dann so weiter, dass man seinen eigenen Kern verliert? Beziehungsweise, wie finde ich im Erwachsenenalter wieder raus, was mein Kern eigentlich mal war? Du musst dann erleben, dass du in eine Welt hineinwächst, wo du plötzlich nicht mehr so derjenige bist, der das alles so vorfindet, wie es sein sollte. Sondern du wirst dann zum Objekt gemacht. Und das ist in unserer Gesellschaft überall so. Das hat die auch erfahren. Die wurde zum Objekt der familiären Vorstellung einer Migrantenfamilie gemacht. Und Mama und Papa und die alle hatten irgendeine Vorstellung, wie man sich verhält, wenn man da als Mädchen reinwächst. Und dann gibt es nicht mehr... Und jetzt fängt man an, wenn man jetzt merkt, dass man zum Objekt gemacht wird, muss man... Das ist ja ein Riesenproblem, da ist Inkoherenz da oben, dass es nur so knallt. Und da musst du eine Lösung finden. Und eine Lösung ist eben, dass man sich an die Erwartungen der Eltern anpasst. Das machen ja auch die meisten. Hat die nicht gemacht. Weil da hängt es dann davon ab, was man so eine innere Kraft hat und auch wie sehr die außen drücken und ob die dem Kind dann vielleicht doch noch eine Chance geben. Die meisten wären wohl bereit, ich glaube, das ist in der gegenwärtigen Zeit wohl das Verbreitetste, dass man dann das macht, was die Eltern erwarten. Ja, und das ist dann eben Anpassung. Kennen wir ja. Es gibt ganz viele Leute, die sich an die Erwartungen anderer anpassen. Und dann gibt es auch die andere Möglichkeit, dass man sozusagen nicht passiv wird, sondern dass man in die Aktivität geht. Also das ist dann mehr so das extrovertierte Verhalten, da geht man nach außen. Und da ist die häufigste Lösung, die man sieht, dass man einfach das Verhalten der Erfolgreichen sich anguckt und das übernimmt. Und die muss dann gesehen haben, die junge Frau, mit was junge Frauen oder überhaupt hier im Westen jemand sehr schnell erfolgreich wird und dann übernimmt man das, macht das und kriegt das dann offenbar auch noch hin. Und dann ist das, was dann im Hirn entstanden ist, das ist jetzt nicht mehr das authentische Selbst. Das ist ja mit dem ganzen Körper verbunden, sondern das ist sozusagen ein, wir nennen das Ich-Konstrukt. Das ist nur da oben. Das ist gedacht, reine Vorstellung. Nicht verbunden mit dem Körper, nichts, sondern das ist sozusagen, ja. Aber kann man überhaupt in der Welt? Hat man sich ausgedacht, das will man so. Und das ist dieses Ich-Konstrukt und wenn man das jetzt eine Zeit lang so gemacht hat und dann ist man womöglich auch noch damit erfolgreich. Das geht ja auch für Unternehmer oder Professoren. Alle für uns eigentlich auch, oder? Halt, halt, halt. Aber wir sind alle in der Gefahr, dass uns das passiert und wenn man das eine Zeit lang macht, identifiziert man sich damit. Es gab mal eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, wenn mich einer gefragt hat, wer bist du denn? Da habe ich gedacht, ich bin der Hirnforscher. Ich bin aber nicht der Hirnforscher, ich bin Gerald. Das ist ein Unterschied. Und meine Frau kennt mich auch anders. So, und das ist dann die ganze Person und ist es dieses Ganze. Und jetzt heißt die Frage, wenn jemand so von sich überzeugt ist, wenn ich die jetzt fragen würde, wir würden die vielleicht fragen, ob sie sich mag. Natürlich mag die sich. Ja, natürlich. So, und jetzt sage ich dir, aber die mag nicht sich, sondern die mag das Ich-Konstrukt, was sie von sich hat. Ob die sich wirklich mag, weiß ich gar nicht. Das würde ich vielleicht auch nie fragen. Da würde sie selbst ganz schwer darauf antworten können, weil dazu müsste sie ja wirklich sich fragen, ob das, was sie da so aufgebaut hat, überhaupt noch mit ihr verbunden ist. Und das würden wir beide dann rausfinden, wenn wir das wollten, würden wir das rausfinden, wenn wir sie ein bisschen beobachten und gucken, ob sie auf sich achtet, ob sie liebevoll zu sich selbst ist. Nicht immer im Außen und schon wieder berühmt und schon wieder ein Buch geschrieben, sondern wir müssten einfach nur gucken, wie liebevoll die mit sich selbst umgeht. Was sind solche Identifikationen? Weil das Ich-Konstrukt, kann ich liebevoll mit sich umgehen? Das muss immer erfolgreich sein. Dadurch ist es ja auch so. Aber dieses authentische Selbst, das versucht, liebevoll mit sich umzugehen. Was wäre jetzt so ein Indikator für mit liebesvoll mit sich umgehen beziehungsweise es nicht tun? Das ist ja auch sehr individuell. Ja, ich kenne Ihren Tagesablauf nicht, aber es gibt viele Menschen, die gehen nicht liebevoll mit sich um, indem sie Dinge tun, die sie nicht wirklich wollen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt einen Vortrag halten soll, den ich eigentlich gar nicht halten will und ich ihn trotzdem halte, ist das Mist. Da geht es mir nicht gut dabei. Wenn ich jetzt etwas nur mache, damit mich jemand mag, mache ich das zwar, aber es geht mir nicht gut dabei. Wenn ich jetzt etwas mache, damit ich nur erfolgreich sein kann und viele Leute mich bewundern, dann mache ich das zwar, aber es geht mir nicht gut dabei. Spannend. Ich habe gerade ein sehr potenziell großes Projekt abgesagt, das wirklich groß geworden wäre. Aber irgendeine Stimme in mir hat auch gesagt, ich glaube, ich will das gar nicht und ich glaube, ich bin mir da total den Klotz ans Bein und ich habe es tatsächlich auch abgesagt und ich fühle mich total gut danach. Kann ich gut verstehen, ja? Ja, und ich muss sagen, ich bin da auch stolz drauf. Da ist man dann sozusagen, wie das so schön heißt, sich selber treu geblieben. Ja, auf jeden Fall. Und das muss was mit diesem authentischen Selbst zu tun haben, weil dieses andere, dieses Ich-Konstrukt, das baust du dir ja zurecht, damit du in dieser Welt sozusagen auch möglichst viel Bewunderung und Anerkennung und sowas kriegst. Und das ist ja eine Welt, in der ich sehr stark unterwegs bin und ich muss gestehen, dass sie mir nicht immer gut tut, zum Beispiel auf LinkedIn. Und ich habe eine kleine Epiphany gehabt. Passt, glaube ich, sehr gut zum authentischen Selbst. Ich habe vor kurzem einen Post abgesetzt zum Thema Dubai, in dem ich eigentlich relativ sarkastisch und ironisch meine Meinung geteilt habe im Internet. Was war auch meine Meinung? Und die war pro Dubai. Und du kannst dir vorstellen, dass die Leute da natürlich erst mal ausgeflippt sind, weil sie dachten, ich werde menschenrechtsverachtende Staaten unterstützen, was natürlich so niemals gemeint und vor allem schon gar nicht von mir gesagt wurde. Ich habe sehr viel Kritik dafür geerntet. Hinter vorgehaltener Hand habe ich sehr viel Lob bekommen, aber das haben die Leute mir natürlich nicht öffentlich geschrieben. Und das hat so ein bisschen was mit der Frage meines Selbstverständnisses, meiner eigenen Meinung auch gemacht. Weil in der Öffentlichkeit wurde ich auf jeden Fall dafür hart kritisiert. Gleichzeitig war es aber auch irgendwie meine Meinung. Jetzt traue ich mich aber nicht mehr, sowas rauszuhauen. Wie gehe ich damit um? Wie gehst du vor allem mit solchen Sachen um? Ich lese das nicht. Ich kümmere mich nicht drum. Also du haust es raus und dann machst du einen Laptop zu? Ich kriege so Rückmeldungen, dass ich schon wieder mit irgendjemandem ein Interview geführt habe, wo doch jeder wüsste, dass der rechtsradikal ist. Und dann gucke ich dann nach und dann steht dann, der heißt Ken M. oder irgendwie heißt der dann. Und das Interview habe ich vor zehn Jahren geführt. Da hat noch keine Sau, auch nur eine Idee davon gehabt, dass der rechtsradikal ist, war ein kritischer Journalist schon immer. Aber dass der auf diese rechtsradikale Schiene da kommt, das wusste ich doch damals gar nicht. Wie kann mir denn jemand vorwerfen, dass ich mit einem, der noch ein ganz normaler, kritischer Journalist ist, ein Interview geführt habe, wenn der dann nach, das ist doch alles albern. Also habe ich dann beschlossen, dass ich das ignoriere. Wie oft passiert das so im Jahr? Ich habe dann Facebook einfach, habe mich da abgemeldet. Aber ist Ignoranz die beste Lösung? Oder muss man vielleicht auch manchmal mit den Leuten in den Dialog gehen und sich das einfach reinziehen? Ja, das muss man schon, aber ich glaube, dass das über die digitalen Medien nicht geht. Dann leitet die Leute hierher ein, setze sie hierher und gucke dir die Gesichter an und schau ihnen ins Gesicht, wenn du da was sagst und dann merkst du, dann werden die ganz kleinlaut und dann hört auch das ganze Gedisse und Gemoppe auf, weil das machen die eigentlich nur deshalb, weil du nicht vor ihnen bist. Die sind sich total sicher, dass du nicht reagierst. Also was ich da manchmal höre, also ich beschäftige mich, aber da werden ja solche Beleidigungen über das Internet verbreitet und das kann man eigentlich nur deshalb im Internet so gut, weil der andere nicht da ist. Also wenn diese Freundin, die ich jetzt hier gerade so furchtbar niedermache, dann tatsächlich hier am Tisch säße und anfinge zu weinen, da würde ich eine Bremse kriegen und würde sagen, was richte ich denn hier an? So wollte ich sie ja nun auch nicht haben. Aber ich sehe doch gar nicht, wie die reagiert. Ich haue das raus, ist mir egal, wie sie reagiert und die in ihrer Not und weil das alle so machen, hauen wieder zurück und dann haben wir den Krieg. Ich kann mir da vorstellen, dass aufgrund der Vielzahl der Bücher, die du geschrieben hast, die sind ja auch sehr kontrovers, da regelmäßig Kritik reinkommt. Jetzt ist es allerdings eine andere Generation zwischen uns. Ich bin ständig am Handy, ich bin auf Instagram, ich bin auf LinkedIn und ich würde ehrlich gesagt gerne mehr Haltung zeigen und jetzt bin ich Journalistin und weiß ja in der Theorie auch, wie man recherchiert und wie man fundierte Antworten gibt. Ich mache es aber nicht und weißt du warum? Weil ich mir immer denke, ich habe bestimmt ein kleines Puzzleteil vergessen. Irgendeine Quelle, die ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, jeder, ich sag mal so, rausgehauene Post von mir wird von mir so zerdacht und so durchrecherchiert, dass ich ihn am Ende gar nicht sende, weil ich denke, da gibt es noch zwei Prozent, die mich angreifbar machen. Und das bedeutet, dass ich am Ende nichts sage. Das ist ein Problem. Ja, ist für mich deshalb nicht so ein großes Problem und könnte dir wahrscheinlich dann auch helfen, wenn man sich nicht mit diesem tagesaktuellen Scheiß beschäftigt. Mich interessiert das nicht, was jetzt heute und morgen und überhaupt niemand sagt. Ich sehe, dass wir im Augenblick weltweit in eine unglaubliche Umbruchsphase geraten sind. Die ist so immens, dass ein altes System offenbar nicht mehr läuft und jetzt anfängt, in sich zusammenzufallen. und wahrscheinlich ist dieses alte System ein sehr, sehr altes System, weil das ist ein System, in dem immer hierarchische Ordnungsstrukturen bestanden haben. Also immer gab es einen, der gesagt hat, wie es geht und die ja unten haben das gemacht. Wir finden das ja auch ganz normal, haben das ja selbst in unseren Demokratien noch in den Vereinen und in den politischen Parteien und in den Schulen und überall hast du dieses von oben nach unten und solche Systeme, die so hierarchisch sind, die sind zu starr. Die können sich nicht so schnell ändern, weil das muss ja alles so runter. Und wenn die Welt jetzt zu komplex ist und sich zu schnell verändert, dann sind die nicht mehr haltbar. Das heißt, die kommen nicht mehr zurecht. Wer sind die? Solche hierarchischen Ordnungsstrukturen. Also zum Beispiel siehst du, dass es jetzt immer in dem Durcheinander Leute gibt, die hoffen, dass einer kommt, der die Welt wieder in Ordnung bringt. Herr Trump oder wer immer das sein mag. Und dann kommen auch solche Leute und versprechen das, dass sie das könnten. Sie können es aber nicht, weil so eine hierarchische Ordnungsstruktur nicht mehr funktioniert. In den Unternehmen, wo die Geschwindigkeit der Veränderung noch größer ist, haben die schon längst gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert, wenn da oben der Oberchef ist und da drunter Unterchefs und das bis da runter geht. Sondern das muss jetzt immer alles ganz schnell gehen und deshalb versuchen die, die Hierarchien flach zu machen, damit sich das ganze System schneller anpassen kann an Marktveränderungen und an neue Bedingungen. Das heißt, wir sind in einer Umbruchsphase, wo ein seit 10.000 Jahren bestehendes Ordnungssystem, die hier in der Umbruchsphase, die hier in der Umbruchsphase, nicht mehr funktioniert. Und das bedeutet, jetzt müssten wir ein anderes haben und wir haben aber kein anderes. Und das merken die Leute, wir haben kein anderes und deshalb ist jetzt im Augenblick ein bisschen der Teufel los. Und da sind alle möglichen Turbulenzen möglich. Da kommt es auch zu Auswüchsen, wo man sagt, haben die noch alle Tassen im Schrank, sind in so einer massiven Umbruchsphase, wo keiner weiß, wo das hingeht und beschäftigen sich mit irgendwelchen Kasperkram, Kleinigkeiten, die wirklich so was von unwichtig sind. Und dann würde ich sagen, an diesen Kleinigkeiten beteilige ich mich nicht mehr. Okay, also quasi das Tagesgeschäft. Ich frage mich dennoch, es gibt ja manche Themen, die bewegen mich persönlich. Und das ist für jeden höchst individuell. Jetzt möchte ich mich aber doch dazu äußern. Sag mir mal, was wäre denn so ein Thema, was dich jetzt dringend beschäftigt, wo du dich unbedingt dazu äußern musst? Weil darüber könnten wir da ein bisschen reden. Ja, also ich persönlich möchte eigentlich kein persönliches Thema auf die Agenda bringen, weil ich ja wie gesagt gerade ein bisschen ratlos bin, welches Thema wirklich erwähnenswert ist. Ich sag dir mal eins, was vielleicht für diejenigen, die uns hier zuschauen, auch interessant ist. Oder ich frage dich mal was Freches. Was nützt es denn, wenn du dich über etwas aufregst, was du nicht veränderst? Und schon gar nicht dadurch, dass du dich aufregst. Wie viel könntest du sparen an wertvoller Lebenszeit und auch Stresshormonen und all diesen vielen Aufregungen, wenn du dich auf das fokussieren würdest, was du auch ändern kannst? Also wenn du jetzt merkst, die Kinder verhungern in der dritten Welt, ist das natürlich furchtbar. Das kann man kaum aushalten. Und ich verstehe auch nicht, wie die meisten Leute das aushalten. Und deshalb ist die Lösung, das macht einen ja ganz inkohärent um, und die Lösung, die die meisten Leute dann für sich wählen, heißt Verdrängung. Und es wird einfach nicht wahrgenommen, es wird irgendwo in die Ecke geschoben, es sind andere dran schuld und dann ist man dann fein raus. Und sich darüber aufzuregen, dass Menschen so reagieren, bringt ja aber nichts. Das heißt, du müsstest etwas tun, damit dieser Hunger in der Welt aufhört oder damit andere Leute, die also jetzt mit ihren Verdrängungsmechanismen sich schön rausgenommen haben, wachgerüttelt werden, sodass die merken, so kann man auch nicht leben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel gar keine Kritik oder kein Aufregen erzeugen möchte, sondern ich möchte eigentlich mal eine neue Perspektive auszeigen. Und jetzt komme ich mal wieder zu meinem Dubai-Beispiel zurück. Warum kann man sich nicht der arabischen Welt öffnen? Warum kann man nicht sagen, hey, die haben auch positive Seiten. Klar läuft da auch viel schief, aber seht es doch mal anders. Und das ist ja jetzt eine positive Absicht und irgendwie auch eine nett gemeinte Absicht. Und trotzdem kriege ich Hass dafür ab. Da halte ich in Zukunft ehrlich gesagt lieber meine Klappen. Was auch schade ist. Aber was hat denn das für einen Sinn, dass du Parolen verkündest? Du wohnst doch hier in Berlin, es ist doch nicht weit bis Kreuzberg und wo die alle sind. Geh doch hin und red mit ihnen. Ich war ja in Dubai. Da habe ich ja mit denen geredet. Oder du bist sogar in Dubai gewesen, hast mit denen geredet. Das ist natürlich, da hast du nicht so einen Einfluss auf die, was die da unten machen. Nee, aber ich habe eine große Reichweite auf LinkedIn und ich finde es schön, mal die Menschen, die quasi immer die arabische Welt so kritisieren, einfach mal dafür zu sensibilisieren, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie sie vielleicht denken. Wenn das am Ende zu nichts führt. Das weiß man ja nicht, weil wenn jeder jetzt davon ausgeht, dann würde ja keiner mehr was sagen. Aber wenn jeder mal ein bisschen was sagt, dann entsteht irgendwann ganz viel. Nee, ich glaube, dass es andersrum geht, dass sich jeder fragen könnte, was das wäre, was er tun könnte, was dann auch zu was führen würde. Ich will das jetzt mal ein bisschen übertreiben und man könnte auch sagen, es gibt sehr viele Menschen, die sich lauthals zu allen möglichen Dingen zu Wort melden, um sich selbst Geltung zu verschaffen. Das Thema ist gar nicht so interessant, sondern dass sie jetzt hier mal ihre Meinung sagen können. Dass sie mal ein bisschen was aufmischen können, dass sie mit diesem Tun dann am Ende sogar noch finanzielle Gewinne kriegen oder was weiß ich, das ist doch, das braucht die Welt nicht. Vor allem in so einer schwierigen Übergangsphase kann sie sich das eigentlich gar nicht mehr leisten. Da hat mal einer gesagt, den habe ich gefragt, sag mal, kannst du dir das erklären, warum wir jetzt anfangen, uns gegenseitig, oder Menschen hier in der westlichen Welt anfangen, sich gegenseitig zu belehren, wie sie zu reden haben und was sie noch sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen und dass dann die Kinderbücher umgeschrieben werden müssen. Und das war ein älterer Herr, der hat gesagt, das kann ich dir klar sagen. Wir hatten seit 50 Jahren keinen Krieg mehr. Wir können mit dem Frieden nicht umgehen. Das hat uns keiner gezeigt, wie das geht. Wir haben immer wieder Krieg gehabt. Und dadurch mussten wir uns auch nie überlegen, was wir tun können und wie wir es machen können, dass wir friedlich miteinander zurechtkommen. Wir haben es nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, liebevoll mit uns selbst und mit anderen umzugehen. Weil die gesamte Menschheitsgeschichte, bevor das eine Generation hätte lernen können, ist sie von der nächsten schon wieder überfallen worden. Und unter solchen Bedingungen, wenn dann plötzlich das Überfallen durch technische Möglichkeiten, Atombombe und so, auf einmal ein Ende hat und man überfällt sich nicht mehr, dann ist das ein Problem. Weil man dann dadurch, dass man sich gegenseitig nicht mehr abschlachtet, man ja noch nicht gelernt hat, friedlich miteinander umzugehen. Und das ist ein interessanter Gedanke, dass wir sozusagen leider nicht gelernt haben, in dieser ganzen wunderbaren Zeit, wo es nicht so viele Kriege hier bei uns, woanders, wir haben es ja nur woanders geführt, aber hier bei uns, wir haben in dieser Zeit nicht gelernt, liebevoll mit uns selbst und friedlich miteinander umzugehen. Ich würde daraus jetzt mal eine eigene Schlussfolgerung ziehen. Das sollst du auch. Die ich jetzt so für mich auf den Zettel schreibe und auch für alle, die zuhören und vielleicht in der gleichen Situation sind wie ich. Bevor man was postet, bevor man was hochlädt, sich vielleicht erst mal überlegen, was man im realen Leben tun könnte. Ich könnte dich umarmen, ja. Ja, das wäre es. Damit der Post quasi nur die Überschrift zum eigenen Projekt ist. Und wenn man das nicht leisten kann, dann kann man den Post auch gleich wieder löschen. Ja, und du kommst dann vielleicht drauf, dass es doch auch schön wäre, statt jetzt hier irgendwas in die Welt hinaus zu posauen, wo schon so viele andere posauen, könntest du auch in den nächsten Kindergarten gehen und einfach mal diesen wunderschönen Kindern aus der ganzen Welt ein Märchen erzählen. Ja, machen wir das das nächste Mal, oder? Wäre schon eine gute Idee. Ja, das ist auf alle Fälle besser. Zweiter Termin im Kalender. Aber da kriegt man natürlich, um wieder zu deinem Buch zurückzukommen, für sowas gibt es nicht so viel Erfolg. Ja, wobei, man kann beides kombinieren. Ja, der Satz, den ich da habe, heißt, primär geht es darum, dass es gelingt. Und Erfolg haben ist eine schwierige Angelegenheit, weil es gibt Menschen, die haben sehr viel Erfolg, aber es gelingt ihnen das Leben nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss da mal wirklich hingucken, wie viele von diesen vorübergehend erfolgreichen Amy Winehouse, die ich so geliebt habe, erfolgreich bist und dann, ihr ist nichts gelungen, alles furchtbar. Zum Weinen ist das, und sie ist nicht die Einzige. Eigentlich die ganzen, die so richtig erfolgreich waren, also deshalb ist das Letzte, was ich mir wünsche, erfolgreich zu sein, der Absturz, den mag ich nicht. Dabei bist du es ja, du hast über 73 Bücher auf Amazon, ich habe es geguckt. Ach, ich weiß es nicht, wie viele Bücher, Bücher ist ja auch nicht das, was man nehmen kann, um den Erfolg zu messen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass wenn, ich schreibe ja Bücher, weil mich irgendwas interessiert und weil ich es wissen will, ich schreibe es eigentlich für mich. Also mich interessiert, ich muss das auch hinschreiben, weil sonst fließt mir das immer wieder weg, und dann schreibe ich es aber inzwischen so, dass es am Ende auch jemand anderes gefällt, und dann wird es ein Buch. Aber eigentlich habe ich ein Thema. Also das letzte Buch, das war diese Informationsflut. Ich wollte verstehen, wie das, woher das kommt und was man dagegen tun kann. Und dann schreibe ich das, und dann ist es ein Buch, ja, noch eins mehr, klar. Aber in Wirklichkeit bin ich dann eigentlich eher auf der Suche nach dem, wie es gelingt. Ich bin nicht auf der Suche nach dem Erfolg. Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Das mag ich, das mag ich, was du sagst. Zum Glück, muss man aber sagen, machst du was unverdienstgelt damit. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Zum Glück, weil sonst... Der Erfolg ist, das glaube ich auch in allen anderen Bereichen, der Erfolg ist ein Nebeneffekt des Gelingens. Wenn du etwas mit Hingabe machst, das ist fast scheißegal, was das ist, dann gelingt dir das auch noch, und du bist so glücklich darüber, dass du das hingekriegt hast, und sei es nur ein Blumenbeet, und dann ist das möglicherweise auch etwas, was dir Geld einbringt, weil es andere Leute gibt, die sich darüber freuen, die dann dir die Blumen abkaufen oder keine Ahnung. Also am Ende, als Nebeneffekt verdienst du auch noch Geld. Aber wenn du auf den Verdienst hinarbeitest und auf den Erfolg, dann bin ich ziemlich sicher, gelingt dir nichts. Im Endeffekt ist doch dann diese Redewendung, Großdenken etc., ist ja eigentlich hinfällig, weil man muss ja gar nicht groß denken, wenn man total im Flow ist, dann macht man automatisch große Sachen. Dieses Growth Mindset, von dem alle reden. Also so wie die meisten das verstehen, würde ich es... Da hast du recht, das wird dann nichts. Aber ich denke ja auch groß. Zum Beispiel habe ich diese Akademie für Potenzialentfaltung gegründet und ich versuche Menschen dabei zu helfen, ihr Zusammenleben so zu gestalten, dass sie dabei glücklich werden. Dass sie sozusagen in Gemeinschaften über sich hinaus wachsen. Und das geht nur, wenn es mir gelingt, dass diese Menschen miteinander in so einen Erfahrungsprozess gehen, wo sie merken, dass sie sich mögen. Sonst geht es nicht. Habe ich jetzt gemerkt. Also entweder man mag die anderen und macht es gerne mit denen und dann gelingt es von ganz allein. Das brauche ich gar nichts mehr zu machen. Wenn die erst mal wissen, was sie wollen und sich mögen, dann machen die sich auf den Weg, da brauchst du nichts mehr zu tun. Und das ist irrsinnig groß gedacht. Weil das heißt doch mit anderen Worten, die Zukunft der Menschheit sähe doch völlig anders aus, wenn es mehr solche Gemeinschaften gäbe. Keine dieser Communities, die ich da jetzt im Augenblick schon hier und da mal mithilfe dieser Akademie oder wir alle gemeinsam hervorbringe, jede dieser Communities trägt schon in sich die neue Welt. Was braucht eine gute Community? Was vereint Menschen innerhalb einer? Das ist auch ganz einfach. Die dürfen sich nicht mehr gegenseitig zum Objekt machen. Das ist ganz bonal. Aber wie würdest du jetzt einem Teenager erzählen, der jetzt eine eigene Community gründen möchte? Was sind gute Kriterien? Der erste Satz würde heißen, du pass auf, du kannst nicht alleine eine Community gründen, sondern du musst jetzt gucken, ob du zwei, drei Freunde findest und ihr gemeinsam beschließt, was ihr da gemeinsam wollt. Und dann könnt ihr noch andere einladen, dass die noch mit dazukommen. Das heißt, eine Community gründet man nicht, sondern eine Community ermöglicht man, indem man einen Raum schafft, in dem sie sich herausbilden kann. Sonst ist ja schon wieder einer der Anführer, der den anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber was ist, wenn ein Mensch, und ich gehe jetzt zum Beispiel mal von, ich gehe jetzt wieder zurück zu Nels Mandela, der war ja schon in Anführungsstrichen der Anführer einer Community und das war ja irgendwo auch gut so. Weil sonst passiert vielleicht nichts, wenn wieder 30 Leute mit 30 verschiedenen Meinungen ein Gemeinschaftsprojekt starten. Der war kein Anführer einer Community, sondern das war das geistige Vorbild einer Bewegung. Also es ist ein Unterschied. Ein völliger Unterschied. Der war sogar sozusagen die treibende Kraft für diese Bewegung gegen die Apartheid, obwohl er die größte Zeit nur im Knast gesessen hat. Der hat doch überhaupt draußen gar nichts gemacht. Das stimmt. Und mit Gandhi war es das Gleiche. Was die wirklich selber gemacht haben, ist vernachlässigbar. Aber sie haben sozusagen, heute würde man sagen, die haben einen Spirit geweckt. Oder die haben die Herzen der Menschen erreicht. Sie haben in ihnen eine Hoffnung geweckt, dass es geht und haben eine Vision davon denen geschenkt, mit der die dann losgezogen sind und die die dann versucht haben zu verwirklichen. Und du hast im Endeffekt kann man eigentlich so sagen auch eine Bewegung gestartet beziehungsweise mit deinen Menschen um dich herum. Kann man das so sagen? Wenn man genauer guckt in diesem Land findet man lauter solche Bewegungen. Da bin ich nicht alleine. Aber du bist auf jeden Fall einer der bekanntesten. Weiß ich gar nicht. Also es gibt da wirklich es gibt die Gemeinwohlökonomiebewegung, es gibt die bedingungslose Grundeinkommenbewegung, es gibt eine Bewegung von Lebensgemeinschaften, wo junge Leute versuchen ihr Zusammenleben auf eine andere Art und Weise zu organisieren. Da sind sogar welche dabei, die haben in diesen Gemeinschaften das Geld abgeschafft. Das heißt, die probieren aus, ob man auch auf eine andere Art und Weise leben kann als bisher, wie wir das so kennen. Ohne Eigentum, ohne dass man den anderen ständig benutzt für seine Zwecke, sondern indem man nicht als einer unterwegs ist, der immer was von anderen haben will, sondern dass man Leute um sich sammelt, die in der Lage sind, anderen was zu schenken, die das auch gerne machen. Was ich mich gerade an der Stelle frage, dieses Großdenken. Hattest du das schon immer oder musstest du das erst lernen, als du das Angestelltenverhalten das verlassen hast? Nein, ich glaube, das ist schon etwas, was man sehr früh schon sich aneignet und das hat wohl was damit zu tun, aus welchen Hintergründen, aus welchen Erfahrungshintergründen man kommt. Und ich komme aus einer vorherigen, mein Großvater war Wassermüller in einem Dorf und ich habe mich als Kind in die Vielfalt des Lebendigen verliebt und ich habe dann beschlossen, ich möchte Biologie studieren, weil ich es nicht ertragen konnte, dass die diese Vielfalt des Lebendigen von einer vorübergehend verrückt gewordenen Spezies da innerhalb kürzester Zeit ruiniert wird. Das war sehr groß gedacht. Und dann habe ich mich unterwegs auch wieder verlaufen. Da bin ich mal vorübergehend 20 Jahre experimenteller Hirnforscher geworden und habe dann einen Haufen Spezialartikel geschrieben und so eine Forschung gemacht, wie sie eben üblicherweise dann gemacht wird, wo es immer enger wird und immer kleiner. das Loch in das du da reinkriegst. Habe ich alles hinter mir, aber jetzt im Nachhinein war ja auch gut so. Kann man das Großdenken eigentlich lernen, wenn man sich jetzt gerade fragt, denke ich wirklich groß? Kann man das in seinem Gehirn proaktiv machen? Ich glaube, du kannst dein Herz öffnen. Machen wir es doch mal so. Du kannst dein Herz öffnen und dann kannst du spüren, dass du das nicht aushalten kannst, dass es Kinder auf dieser Welt gibt, die keine Möglichkeiten haben, das, was in ihnen drinsteckt, zu entfalten. Das ist groß gedacht. Und dann kannst du sagen, okay, allen kann ich nicht helfen, alles ändern kann ich auch nicht, aber ich gehe um die nächste Ecke in diesen Kindergarten und gucke, was ich dort machen kann, damit ich dazu beitrage, dass wenigstens diese paar Kinder jemanden kennenlernen, der sie mag, der an sie glaubt und der ihnen hilft, das Leben zu entdecken. Da ist überhaupt nichts dabei. Aber was glaubst du, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage viele Menschen in sich haben, die gar nicht so genau wissen, welches Problem sie jetzt wirklich intrinsisch motiviert lösen möchten. Die fühlen sich ein bisschen teilnahmslos beziehungsweise denken, ja gut, damit kann ich Geld verdienen, auf die Idee stürze ich mich jetzt, funktioniert ja, weil sie tief in ihrem Inneren überhaupt nicht wissen, was sie jetzt so motiviert daran zu gehen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt manchmal schwer, redet man sich jetzt ein, dass man was möchte, möchte ich das wirklich lösen oder glaubt man, dafür gibt es auch einen Markt. Also weißt du, was ich meine? Das finde ich eine... Ja, das ist extrem schwer, weil... Das ist eine schwierige Differenzierung. Jetzt ist eine ganze Generation und davor schon eine Generation groß geworden, die ja eigentlich kaum noch Möglichkeiten hatten, aus sich selbst heraus, aus einer eigenen Idee heraus etwas zu gestalten. Entweder ist ihnen gesagt worden, was sie machen sollen oder sie haben sich an dem orientiert, was Erfolg bringt. also am Geld, das ist aber dann auch so, dass es fremdbestimmt ist. Und was ich ja suche, sind Menschen, die in sich so etwas wie einen Ruf verspüren. Und wie findet man Dass es sie ruft. Es gibt Leute, die haben einfach dieses innere Bedürfnis, etwas für den Wald zu tun. Oder für die Natur. Was ist, wenn man jetzt das Video anschaut und sich denkt, ich fühle keinen Crawling für den Wald. Die haben für irgendwas anderes, wo sie einfach merken, das ist sozusagen mein Element. Und wenn du das nicht mehr spürst, dann würde ich sagen, dann ist es höchste Zeit, dass du mal alleine eine Woche lang ohne Essen und Trinken und ohne Landkarte und ohne digitale Medien im Wald gehst, damit du mal langsam merkst, was du eigentlich auf dieser Erde bist. Dann bist du gar nicht mehr richtig bei dir. Dich gibt es gar nicht mehr. Du bist nur noch ein hin und her gezotteltes Wesen, was gar nicht mehr sagen kann, was es selbst ist und was es will. Das muss ja furchtbar sein. Ich glaube, 95 Prozent unserer Zuschauer haben genau dieses Gefühl, ohne sie zu kennen. Aber Leute, dann zieht euch bitte gegenseitig aus diesem Schlamassel raus. Es kann ja nicht so schwer sein, dass ihr euch mit ein paar Freundinnen zusammensetzt und sagt, hey, wir machen das nicht mehr mit. Wir machen jetzt hier Frauenpower, eine kleine Gruppe. Aber wir wollen jetzt nicht gleich hier die Palästinenser da unten oder wen auch immer niedermachen, sondern wir versuchen, dort, wo wir sind, dort in der Gärtnerei oder im Zoo oder im Altenheim oder im Kindergarten, da, wo wir sind, gehen wir hin und fragen, können wir hier mitmachen? Ich finde die Idee aber mit diesem übertrieben gesagt, eine Woche mal ohne Essen, ohne Trinken durch die Präree laufen, gar nicht mal so schlecht, weil idealerweise hört man dann wieder, was in seinem eigenen Kopf brennt. Ja, das habe ich auch immer wieder beobachtet. Du kommst nicht zu dir selbst, wenn du dich mit anderen austauschst. Das kannst du vergessen. Also, wenn du dich selber kennenlernen willst, musst du das mal aushalten, dich selbst mal alleine anzugucken und dann kriegst du wahrscheinlich raus. Das kann vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft sein, weil du das gar nicht gewohnt bist, aber wenn du dich wieder anfängst zu spüren, wenn du wieder merkst, hey, das ist meine, wenn du diese innere Lebendigkeit in dir wieder spürst, diese Körperlichkeit und dann auch merkst, was du dir alles angetan hast in dieser ganzen Zeit, nur um erfolgreich zu sein oder von anderen gemocht zu werden, dann fällt eine Last von dir ab, die ist wie Blei. Die laufen alle mit ihrem, also ich fürchte, das Gefühl muss so ähnlich sein, als ob dir einen einen Mühlstein um den Hals gebunden hat. Du kannst gerade noch laufen, aber du kannst nicht mehr springen, du kannst nicht mehr tanzen, das ist alles krampfhaft und immer nur muss man ständig aufpassen, dass man alles richtig macht. Das muss ja ein Elend sein. Also ich glaube vor allem, um das Gefühl mal zu beschreiben, man hat es, man denkt, alles ist wichtig und man kommt nie zur Ruhe. Man hat keine Souveränität mehr. Man fühlt sich wie so ein Magnet, der von allen verschiedenen Seiten angezogen wird, anstatt zu sagen, here I am und ich weiß, was ich möchte. Ich glaube, das Gefühl haben viele Leute verlernt. Aber das muss man ja doch, wenn man hier in dieser westlichen Welt groß wird und dann hier erwachsen wird, muss man doch merken, dass hier überall draußen Vampire sitzen, die nichts anderes machen, als an dir rumzusaugen. Die dir was versprechen, die dir was verkaufen wollen, die dich über den Tisch ziehen wollen, die deine Aufmerksamkeit haben wollen, die dich immer wieder auf die unterschiedlichste Weise zum Objekt ihrer Interessen und Absichten machen. Das muss man doch wissen. Und dann musst du dich doch fragen, ob du die bedienen möchtest, ob du dich dem zur Verfügung stellen möchtest, ob du jemand sein möchtest, der sich von denen auslutschen lässt. Und spätestens an der Stelle könntest du dich ja fragen, was du eigentlich jetzt für eine Frau werden möchtest, was du für eine Frau sein möchtest, was für ein Mensch du sein möchtest, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Und dann hören die ganzen Vampire auf, weil dann wissen die nicht mehr richtig, wo sie ansetzen sollen, weil jetzt bist du derjenige, der bestimmt, was du willst und du lässt dich nicht mehr von irgendwelchen Leuten einreden, was im Leben wichtig sei. Können wir daraus so eine ganz konkrete Übung ableiten? Ich mag immer ganz konkrete, praktische Sachen. Also ich habe jetzt ein paar Tage Zeit, weil die Leute haben ja nicht drei Wochen Zeit, also hat ja keiner, sind wir mal realistisch. Was kann ich jetzt in diesen paar Tagen konkret machen, um dieser Frage mehr auf die Schlüssel zu kommen? Das wird in den drei Tagen nicht gehen, wenn du nicht vorher, jetzt vielleicht durch unser Gespräch oder durch andere Einflüsse angefangen hast, daran zu zweifeln, ob das so gut ist, was du da machst. Also jemand wie sie, die davon überzeugt ist, dass das genau richtig ist, keine Chance. Die kann gar nicht zu sich selber kommen, weil die ist ja ganz woanders. Und wenn man aber jetzt durch neue Erfahrungen, die man macht und im Augenblick ist das eine Zeit, wo sehr viele Menschen merken, dass die alten Denkmuster nicht mehr richtig funktionieren und dass das irgendwie alles so schwammig und volatil und unberechenbar geworden ist, das sind gute Zeiten für solche Augenblicke, wo man sich dann zurücklehnen kann und sich fragen kann, okay, was ist mir denn eigentlich in diesem Leben wichtig dann? Und diese Frage würdest du dann beantworten können? Du würdest sagen können, nicht welchen Sinn dein Leben hat, sondern welchen Sinn du deinem Dasein verleihen möchtest. Du hast dieses Dasein geschenkt gekriegt und du bist die Einzige, die diesem Dasein einen Sinn verleihen kann. Von sich hat es keinen. Wenn du nichts tust, um deinem Dasein einen Sinn zu verleihen, ist es dahingelegt. Aber was sagst du jetzt jemandem, der vor dir sitzt und sagt, okay, Gerald, ich habe jetzt meinen Sinn, aber ich verdiene überhaupt kein Geld damit und ich habe gerade echt einen finanziellen Engpass. Was macht man denn dann? Wenn das so ist, dann heißt die Antwort, es gibt ein Standbein und ein Spielbein, wie im Fußball. Und dann gehst du jetzt gefälligst zu Aldi, setzt dich an die Kasse und ziehst das runter. Aber nur, du machst das nicht, um Aldi-Verkäuferin zu werden, sondern machst das nur, dass du so viel Geld hast, dass du dein Spielbein endlich wieder bedienen kannst. Ich liebe das und du bist ja Wissenschaftler und du bist ja sehr strukturiert und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie man das runterbricht, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt 60 Prozent zu Aldi, um mal dabei zu bleiben und 40 Prozent mache ich das, was ich möchte. Aber wie stelle ich sicher, dass diese 40 Prozent auch auf die Straße gebracht werden und nicht nur in meiner Fantasie bleiben? Kann man sich so einen Schlachtplan entwickeln? Nein, du musst schon wissen, was du da mit diesem frei gewordenen Spielbein hast. Du arbeitest nicht, damit du dich ernährst und ein schönes Leben hast und mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwo hinfährst, sondern du arbeitest und verdienst Geld, damit du das Spielbein benutzen kannst. Und wie würde man so einen Schlachtplan aufsetzen? Und dann würde das heißen, was willst du mit diesem Spielbein eigentlich machen? Beim Fußball ist klar, Tore schießen schon. Aber du kannst dich ja fragen, was will ich denn eigentlich, was liegt mir da so am Herzen, dass ich es jetzt, wo ich ein bisschen Luft habe, ausprobieren kann, wie es geht. Dann kannst du dich ja fragen, ob es irgendwas gibt, was dir am Herzen liegt. Wenn du dann wieder merkst, es liegt mir nichts am Herzen, dann würde ich sagen, dann machst du mal drei Wochen volle Schicht bei Aldi, damit du mal das Spielbein für eine Woche frei kriegst und dann gehst du in den Wald und guckst, dass du endlich mal dich von allem Wirrwarr in deinem Hirn befreist und mal guckst, ob dir dann nicht eventuell was zufällt. Also ich bin ganz sicher, dass jeder Mensch das hat und dass er das in sich trägt. Sowas wie so einen inneren Ruf, auch so ein Gefühl für das, was für sein Leben und mit dem, was er so kann, erfüllend wäre. Das ist nur so, dass wir das in der Hektik und mit dieser ständigen Außenorientierung und mit solchen Vorbildern, kriegen wir das nicht hin. Bevor wir auf die Idee kommen, mal darüber nachdenken zu können, dass da irgendwas vielleicht noch sein könnte, was ein bisschen über das hinausgeht, was ich bisher gemacht habe, also irgendwie Freizeitbeschäftigungen und Internet, Kommentare, bevor der Augenblick kommt, dass man sowas machen kann, ist dann meist schon die nächste Ablenkung da und deshalb muss der innere Ruf, der muss vernehmbar sein, der muss laut genug sein. Und dann gibt es noch so eine praktische Hilfestellung, das geht dann, wenn du plötzlich merkst, da ist was in dir, was will, dann geht es nicht um eine Entscheidung, die du dann treffst, mache ich es oder mache ich es nicht oder mache ich dieses oder mache ich jenes. Damit werden wir ja alle zugeballert. Also man soll sich entscheiden zwischen hier und da, rechts und links und oben und unten. Mit den Entscheidungen hat den Nachteil, dass du dann umso besser eine Entscheidung treffen kannst, je vollständiger du über alle Details informiert bist. Am Ende, und das ist das, was uns die digitale Welt jetzt sozusagen ermöglicht, haben wir für jede Entscheidung, die wir zu treffen haben, so viel Information, dass die Entscheidung gar nicht mehr getroffen werden muss, weil die Sachlage schon entschieden hat. Kannst du ein Beispiel nennen? Waschmaschine. Früher musste ich da lange rumlaufen, mir das alles überlegen und sowas, jetzt drücke ich einmal auf mein Smartphone, sage hier, welchen Typ soll ich nehmen, das ist mein Anforderungsprofil, such mir einen aus und dann sagt er, das musst du nehmen. Und ich wäre bescheuert, wenn ich das nicht nehmen würde, weil so gut wie der das ausgerechnet hat, kann ich das gar nicht selber ausrechnen. Politiker machen das genauso. Die nehmen nicht den Chatbot oder die machen Experten, die fragen, wie sollen wir das jetzt lösen, das Problem? Der Experte sagt es und dann kommt der Politiker vor die Kamera, wir haben entschieden. Scheiße hat er entschieden, der hat das gemacht, was die Experten ihm gesagt haben, alternativlos. Ab und zu sagt man einer, das ist alternativlos, da weiß man, okay, da hat er gar nichts mehr entschieden. Das war die Sachlage, die jetzt ihn dazu gebracht hat, dass er das so machen musste. Und deshalb ist das mit dem Ganzen entscheidend blöd. Und was ich viel interessanter finde, auch hirntechnisch viel interessanter, ist, wenn man sich nicht für etwas zwischen zwei Sachen entscheidet, sondern wenn man sich zu etwas entschließt. Das ist diese deutsche Sprache, ich liebe es. Die bringt die Unterschiede raus, wo man also das alles verquakt und dann hast du plötzlich diese Möglichkeit zu sagen, ich entschließe mich zu etwas. Und dann merkst du, wenn du das so sagst, geht es nicht mehr anders. Ich kann mich entschließen, diese Frau zu meiner Frau zu machen und wir heiraten und ich habe den Entschluss gefasst, dass ich bei ihr bleibe. Das kann ich nicht mehr revidieren. Da kann ich hier ein halbes Jahr später auf die Idee kommen, dass eine andere besser ist, weil die ein bisschen anders aussieht. Das ist dasselbe mit der Frage, was ich eigentlich mit meinem Leben machen will. Ich entschließe mich, dass ich alles dafür tun will, dass diese vorübergehend bescheuerte Menschheit mir diese natürliche Vielfalt nicht kaputt macht. Und da gibt es keine Alternative, kann ich nicht übermorgen sagen, ich entschließe mich für etwas anderes. Das heißt, wenn Menschen in der Lage wären, einen Entschluss zu fassen, dann kann man sie nicht wieder davon abbringen. Und dann sind die auch nicht abzuholen mit irgendwas, kann nicht einer kommen und sagen, aber hier gibt es noch etwas Hübsches. Aber dieser Entschluss muss aus dir herauskommen und nicht durch das Lesen eines solchen Buches, wie die das alles gemacht hat, dir von außen drauf gepflanzt werden. Und da kommen wir in andere Bereiche. Weil dann, wenn du dich zu etwas entschließt, dann ist es auch etwas, was du voll und ganz machst, nicht halb. Da gehst du ja richtig rein und dann passiert so etwas Wunderbares, wie dass du etwas erlebst, das heißt Hingabe, noch so ein schönes deutsches Wort, Hingabe, auch Hingabe in der Tätigkeit. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, dann merke ich, wie ich mich in diesem Schreiben verliere und in dem Nachdenken und in dem Arbeiten und da gehen manchmal Stunden ins Land und ich habe gar keine Zeitvorstellung mehr, weil ich da so drin bin. Auch so ein Gespräch mache ich, entweder mache ich es richtig, sage ich immer, oder ich mache es gar nicht. Also gehe ich dann auch richtig rein und muss dann hinterher mich immer erst mal wieder rappeln, dass ich wieder sozusagen rauskomme. Es ist dann relativ schwer, da wieder rauszukommen. Vorträge, genau das Gleiche. Entweder du gibst es richtig und zeigst dich und machst es mit Hingabe oder du machst eine gute Performance. Das ist was anderes. Eine gute Performance kannst du immer machen. Die ist aber tot. Weil man diese Hingabe sieht man. Ja, man sieht die. Man liest sie. Ja, manchmal kommt es zwischen den Zeilen sogar raus. Manchmal sieht man das an den Augen, manchmal spürt man das. Keine Ahnung. Aber du spürst auch, wenn jemand einfach nur eine schöne Performance macht und die dann umso perfekter, die dann gemacht ist, desto furchtbarer wird es. Ja. Kein Fehler mehr, alles in den richtigen Farben, alles richtig designt, alles richtig zusammengepackt. Dann sage ich immer schon mal, mein Gott. Außer, da steckt die Hingabe dahinter. Mit Hingabe, aber da sieht man das auch, wenn Hingabe, das wird dann so irgendwie anders. Das sieht nicht so. Ja, authentisch aus. Perfektioniert ist nicht Hingabe. Also wer wird jetzt... Fehlerfrei ist auch nicht mit Hingabe. Wenn ich mich hingebe, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich Fehler mache. Dass ich auf der Bühne, wenn ich da einen Vorteil halte, dass mir auch ein Wort rausrutschen kann, was nicht so allen gefällt. Und das habe ich eben Fehler gemacht. Ja, gibt es. Aber wenn ich einfach nur versuche, perfekt zu sein und es allen recht zu machen, dann stehe ich auf der Bühne und weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Weil es kommt gar nichts mehr von mir authentisch raus. Dann quassle ich ja nur noch diesen Scheiß, den die anderen von mir erwarten und den sie dulden. Ja, so möchte ich nicht unterwegs sein. Würdest du sagen, das war das wichtigste Learning unseres Gesprächs heute oder welches würdest du noch ergänzen? Was ist dir noch in den Kopf geblieben? Ich kann ja nicht sagen, was diejenigen, die uns so liebevoll zugeschaut haben, was für die das wichtigste Learning ist. Das ist eben dieser große Unterschied. Nämlich, dass jeder selbst bestimmt, was er aus diesem Gespräch für sich entnimmt. Dann würde ich jetzt noch mal aus meiner Sicht sprechen, was ich noch für dich fand. Würdest du mir sagen, was für dich das Learning war? Vielleicht stimmt dir die eine oder andere zu? Ja. Auf jeden Fall das, was wir gerade besprochen haben. Beschließen, einen Entschluss fassen und sich nicht entscheiden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Mir ist sehr im Kopf geblieben, dass man idealerweise vielleicht mal ein paar Tage oder eine ganze Woche das Radio ausschalten sollte, im wahrsten Sinne des Wortes und Zeit alleine verbringt. Zu Besinnung kommen, nennen wir das jetzt mal. Ja, zu Besinnung kommen, zu den eigenen Sinnen kommen. Mir ist noch im Kopf geblieben, dass Communities nicht den einen Führer brauchen, sondern dass man Communities gemeinsam erschafft und sich im Endeffekt Menschen sucht, die gemeinsam mit einem an einer Vision arbeiten. Meist mit einem Kristallisationskeim. Das ist immer so die Initiative, Gruppe, die braucht es schon, sonst wird nichts. Sonst warten alle darauf, dass was passiert. Aber wenn diese Initiativgruppe da ist, dann würden sich dann immer mehr da anschließen. Mir ist auch im Kopf geblieben, dass Gerald Hüther den Laptop zuklappt, wenn die Kritik so laut wird. Nein, Scherz. Er meldet sich einfach ab. Er meldet sich einfach ab und löscht dann die Accounts. Aber vielmehr, und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Abschluss, dass man eigentlich keine Angst vor zu lauter Stimme oder zu falschen Worten haben muss. Denn jeder Post oder jede öffentliche Aussage relativiert sich, wenn man nicht mindestens ein konkretes Projekt in der Hinterhand, das man wirklich im realen Leben umsetzen kann. Ich glaube, das war doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Wenn das alle machen, dann gibt es kein YouTube mehr. Dann gibt es nicht mehr so viel über das Internet zu verbreiten. Dann nur noch die guten Sachen, wie zum Beispiel unser Gespräch. Gerne weiter empfehlen. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Alles Gute.